hier ist hans von peters landwirtschaft und die ersten kastanien sind hier angekommen vielen dank an feline die war die erste die hier welche vorbeigebracht hat und feline kommt natürlich mit in den lostopf weil wir starten dieses jahr wieder eine kleine aktion also ihr könnt gerne einfach euren kindern oder für euch alleine kastanien und eicheln sammeln möglichst bitte sauber also keine fremdkörper drin oder so weil nicht dass die tiere irgendwie probleme bekommen und ja und dann am besten irgendwie eine sms oder zettel rein oder wie auch immer dass wir eure e mail adresse haben und dann verlosen war unter allen teilnehmern eine hoftüte so genau mit einem leckeren was so gerade da ist haben wir letztes jahr auch schon gemacht genau also wenn ihr lust habt wer gerne mitmachen bis dahin